Virus verursacht wird weiter aus. Viele Menschen sind bereits gestorben. In Deutschland gab es in dieser Woche erste Todesfälle. Regierungen versuchen mit teilweise drastischen Maßnahmen eine weitere Ausbreitung zu verlangsamen. Einige machen ihre Grenzen dicht und setzen ganze Landstriche unter Quarantäne. Veranstaltungen werden abgesagt. Viele Menschen haben Angst. Sie wagen sich nicht mehr auf die Straße, machen Handtackhäufe. Wir fragen heute, Coronavirus, haben wir die Kontrolle verloren? Corona Kommt noch! Corona Weck der Corona-Virus Junge Junge Veranstaltungen werden abgesagt.